Hallo und herzlich willkommen bei Guido Ludwigs Hypnose und Meditation. Schön, dass du eingeschalten hast. Heute möchte ich kurz eine Morgenmeditation einsprechen, so dass du in der Früh am Morgen, jetzt nach dem Aufstehen, in deine Energie, in deine Freude und in deine Harmonie kommen kannst. Setz dich aufrecht hin oder liege, so wie es dir bequem ist. Du kannst die Augen offen halten oder schließen. Tu es einfach so, wie es dir am liebsten ist. Dann fokussier dich etwas auf deinen Atem. Atme vielleicht einmal tief ein und wieder aus. Und beim nächsten Ausatmen kannst du deine Augen schließen. Kannst du in dir etwas absinken. Kannst du in die Stille und Ruhe finden. Und so lass uns nun in die Achtsamkeit gehen. Spüre einmal deinen linken Fuß. deinen linken Unterschenkel, das linke Schienbein, das linke Knie, den linken Oberschenkel. Spüre auch deinen rechten Fuß, deinen rechten Unterschenkel, dein rechtes Schienbein, dein rechtes Knie und deinen rechten Oberschenkel. So kannst du nun deine beiden Beine spüren und fühlen, bist mit deiner Achtsamkeit bei ihnen. Und so kommt dein Spüren und fühlen nun zu deinem Unterkörper, zu deinem Po. und von dort über die Lendenwirbel, dein Rücken hinauf. Nun spürst du dein Rückgrat nach oben bis zu deinem Kopf. Du spürst vielleicht, wie deine Beine und dein Rücken und dein Unterkörper schon wunderbar entspannt sind. So spüre nun auch, wie sich deine Bauchdecke hebt und senkt. Mit jedem Atemzug hebt sich deine Bauchdecke etwas. Mit dem Ausatmen senkt sie sich etwas ab. Und auch dein Brustkorb dehnt sich mit dem Einatmen etwas aus. Und zieht sich dann mit dem Ausatmen wieder ganz sanft zusammen. So spüre deine beiden Arme, die Schultern, die Oberarme, die Ellbogen, die Unterarme und die Hände. Spüre auch deinen Kopf, deine Stirn, wie sie wunderbar entspannt ist. Wie die kleinen Muskeln um deine Augen herum wunderbar in der Entspannung sind. Wie sich deine Nase und deine Backen entspannen. Wie sich auch dein Kiefer und dein Kinn entspannt. Vielleicht öffnet sich dein Mund etwas. So ist dies ganz normal. Du bist jetzt ganz in deiner Achtsamkeit und wunderbar in deinem Körper angekommen. So geh nun tiefer in deinem Sein. Wie eine Feder, die immer weiter zum Boden hinschwebt. So gehst auch du nun immer weiter und immer tiefer dahin, wo die Harmonie, die Liebe und das Glück in dir wohnt. Immer tiefer und weiter in deinem Sein. Ganz in Harmonie. Ganz in erwachender Freude. In erwachendem Sein. Und immer glücklicher. Immer freudvoller. Und du kannst immer mehr annehmen, was ist. Dein Atem kommt und geht. Und wie diese Feder, die auf den verschiedenen Luftschichten niederschwebt. So gehst auch du mit jedem Atemzug mehr und mehr dahin, wo das Glück, die Freude und die Harmonie in dir wohnt. Du bist Liebe. Du bist Glück. Du bist wunderbares, vollkommenes Sein. Du bist wunderbar. Und dein Herz, vollkommenes Sein. Und dein Glück in dir öffnet. es zulässt und es über den Tag hinweg in dir schweben lässt, schwingen lässt, so dass die Liebe, das Glück und die Harmonie, wie sehr gute Freundinnen oder sehr gute Freunde immer an deiner Seite sind. So lass nun die Liebe, die Freude und das Glück sich in dir ausbreiten, strahle, strahle in dieser freudvollen Harmonie in Liebe. Du bist das Glück, du bist die Freude und die Harmonie. Nimm es ganz tief in dir an und lebe es. Leuchte über diese Hypnose oder diese Trance hinaus für all die Wesen, für all die Energien und für all die, die das Licht in diesem Moment nicht erkennen können, die vielleicht in Dunkelheit sind. Noch du bist das Licht und leuchtest für all die wunderbaren Wesen in Liebe. So kommen wir nun langsam wieder zurück, nehmen die Freude, die Liebe und die Harmonie in der Schwingung mit in den Alltag und mit in unser Sein. Ich zähle für dich von drei bis drei bis drei. Du bist wieder wunderbar zurück, ganz in deiner Mitte und bereit für einen wunderschönen Tag. 3, 2, 1, so komm in deinem Tempo zurück. Komm so an, wie du es möchtest. Ich atme jetzt einmal tief durch. Ganz tiefe Erdung. Grinse ganz fest. Das setzt die Endorphine im Gehirn frei und macht noch mehr glücklich. Ich hoffe, dir hat diese Morgenmeditation oder Hypnose gefallen. Ich wünsche dir alles erdenklich Gute für diesen Tag und bis zum nächsten Mal. Dein Guido